So, und dann können wir wieder nach unten. So, jetzt bin ich wieder hier. Das wird dann wahrscheinlich der Weg von 20 hoch sein. Zu Level 18, zu Level 18 da lang jetzt. So, jetzt bin ich hier. So, was bist du für einer? Den nehme ich gerne. Der ist was für Silas da. Kannst du dann den gebrauchen? Ja. Ja, ich denke schon. So. Was ist hier noch? Keine Fake-Wand, sondern... Ich glaube, das habe ich schon gesehen gehabt. Nein, du bist nicht der Knopf. Hier ist er auch nirgends. Es ist nicht der runde Knopf. Jedenfalls sehe ich ihn nicht hier und nicht hier. Hä? Wenn das jetzt von der anderen Seite zu öffnen ist, und ich das die ganze Zeit übersehen habe. Das habe ich bereits gecleared. Dann gucken wir erst mal, was hier ist. Nichts. Nichts. Ich dachte wieder, das wäre ein Fels, den man drücken kann, aber... Eher nicht. Das sieht fast aus wie der Bossfight. Also... Bleibe ich da erst mal raus. Ne, ich guck's mir mal an. Ich guck's mir mal an, ob das hier schon der Bossfight ist. Nicht ganz. Das hier ist ein Puzzle-Raum. Okay. Weil hier sind schon mal überall Konduits. Hier sind schon mal überall Konduits. So, legen wir erst mal den ganzen Raum auf. Und jede Menge Hebel. Okay, was machen die Hebel? Teleporter, die ich nicht betreten kann. Also gucken wir noch mal. Du schießt... Da rein. Du schießt... Da hin. Das heißt, wahrscheinlich immer hinter uns, oder? Ja, Tatsache. Okay, also... Ich lass dich mal schießen. Ist jetzt die Frage, drehst du nur, oder? Du drehst nur, hä? Hier ist eine... Hier ist nur ein gesinnt. Okay. Das heißt, würde ich die beiden anmachen... Würdest du erst mal gerade ausschießen? Du würdest wahrscheinlich da reinschießen, okay? Okay, endlos Schleife. Okay. So, was du schon? Okay. So, wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! Halt, warte mal. Ja, doch. Du machst den an. Okay, da stehe ich jetzt hier im Weg. Jetzt fliegst du da rein. Du müsstest jetzt genau da rumfliegen. Du dürftest einfach nur geradeaus fliegen. Bingo. Was haben wir hier? Ausdauer, parieren, ausweichten. Eine neue Einhand-Axt für Hagrim. Da kann er super zwergig sein. Was haben wir hier? Äh, Aufmerksamkeit, Willenskraft. Wird trotzdem mal mitgenommen. Sonsten ist hier nichts. Okay, gut. Das heißt, das war hier nur der Rätsel. Sind wir mal so nett und stellen alles wieder auf Standard. Nicht, dass sich nachher der Hausmeister beschwert. Gut. Ja, da kann ich nicht lang. Das ist garantiert der Abkürzung von unten. Also von Ebene 20. Das heißt, der einzige Weg, den ich noch habe, ist der hier. Und ich glaube, dafür brauche ich auch den Schlüssel, den ich da unten gekriegt habe. War hier noch was? Ne, hier war nur ein Gegenstand. Jetzt will ich aber nochmal wirklich gucken. Das macht mich neugierig. Tatsache. Hier gibt's was zu drücken. Okay, das war die eine Sache. Aber die andere Sache... Das ist der tote Prinz. Irgendwas war hier noch. Irgendwas, was ich... ...vergessen hatte. Das war aber auf der anderen Seite. Genau da. Hier. Ich würde sogar die zweite Karte von hier finden. Die war nämlich nicht hier in der Kammer. Es war nur für alle anderen Missherigen. Und ja, hier ist es wahrscheinlich nicht. Wenn, wenn, dann eher hier irgendwo. Das sieht aber auch nicht danach aus. Du bist kein Knopf. Du bist keine Wand. Oder? Das ist ein Trollol. So, also ja. Schädelschlüssel benutzt. Oh. Hi. Hey, wir werden. Garstiges Vieh. Ich kümm Oh. Okay. Oh. Oh. Wow. Okay. Oh. 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 So, kommt noch mal eine Feuerflut. Ja. So, das war's. Ach, wie nett. Ja, hier gibt's tatsächlich noch ein Secret. Ich muss nur noch den Knopf dafür finden. Und dann sieht das hier nach der Boss-Arena aus. Ja, da sieht's aus, als ob's hinter mir zugehen könnte. Und wir haben keinen passenden Ring, äh, Schüssel im Ring. Okay. Das ist diesmal eine feste Wand, eigentlich. Ach, okay. Das erklärt's. Das ist einfach nur der Rückweg. Das ist einfach nur der Rückweg. Gucken wir mal, was für ein Boss diesmal auf uns wartet. Da fuck. Hier haben wir Gunfoul, den Dämonisten. Äh, was? Der Trottel ist selbst besessen von einem seiner Dämonen. Das macht ihn nicht weniger gefährlich. Er stand unter einem starken Zomberbahn, um ihn in seiner Zelle zu halten. Aber so wie es aussieht, unterliegt er jetzt keinen Einschränkungen mehr. Also möchtest du ein paar aufmutredete Worte in dieser Situation?